Was ist ein problematisches Leben, ein schwieriges Leben? Also in dem Sinne, man könnte jetzt nicht sagen, es ist nicht ein gelungenes Leben. Leben gelingt ja irgendwo immer und es ist immer das Leben und das Leben ist immer wichtig. Und es hat eine Aufgabe. Aber wir können natürlich auch versuchen zu sagen, was ist eher problematisch, um damit eben ein problematischeres Leben, da so ein paar Attribute zu finden, die dafür stehen. Leben, also ein Mensch, der einen permanenten Leidensdruck empfindet und einen permanenten Leidensdruck hat, also ihn sich selbst empfindet. Das ist nochmal ein Unterschied, ob ich Menschen sehe, die meinetwegen schwerste Behinderungen haben oder schlimme, schlimme Krankheiten haben, von denen wir glauben, dass sie leiden. Und sie leiden möglicherweise gar nicht. Das ist also natürlich zu unterscheiden. Aber dass hier ein Mensch, ein problematisches Leben wäre hier ein Mensch, der einen permanenten Leidensdruck empfindet und das Leben immer wieder als sehr leidvoll empfindet. Ein problematisches Leben ist auch ein Leben in starken Abhängigkeiten, in permanenten Außenprojektionen. Außenprojektionen, ich projiziere von mir auf die Welt und sehe die Welt eben als problematisch, als schwierig und all das und begreife gar nicht, dass ich es selber tue. Also nicht in der Lage sein, sich selbst zu erkennen in dem Zusammenhang, also permanente Außenprojektionen zu haben. Oder oft Widerständigkeit auf der einen Seite oder Erduldung auf der anderen Seite von Unterdrückung, von Machtausübung anderer Menschen oder Institutionen. Ein problematisches Leben ist auch ein Leben in Isolation, in häufiger Isolation und damit in Einsamkeit und damit auf sich geworfen sein und damit vielleicht im Autismus und all den Dingen. Ein problematisches Leben ist auch ein bindungsproblematisches oder bindungsschwieriges Leben. Dieser Mensch ist nicht in der Lage oder wenig in der Lage, gelungene, einigermaßen gelungene Bindungen aufzunehmen oder eben aufrechtzuerhalten. Dieser Mensch neigt zu Extremen und Verselbstständigungen. Das ist auch immer wieder problematisch in unserem Leben, wenn wir Extreme tun, also Einseitigkeiten tun, denken, handeln, was auch immer und Verselbstständigungen entstehen. Kaum Erkenntnis bezüglich des eigenen, also diese typische Spaltung, wir nennen das gerne Spaltung, und Mensch dann wenig dazu in der Lage ist, sich selbst zu erkennen. Verselbstständigte Affekte, immer wieder starke Affekte, die drohen sich zu verselbstständigen und wenig Eigenkontrolle vorhanden ist und damit eben wenig Vermögen sie zu modulieren. Spaltungen, ich nannte es schon, diesen Begriff. Binnen- und Außenwelten vermischen sich. Die eigene Welt, die ja vorhanden ist als Binnenwelt, und die Außenwelt, also das, was in der Außenwelt passiert und wahrnehmbar ist, vermischt sich. Und es ist wichtig für uns als Menschen, immer wieder festzustellen, was passiert in mir, was ist zum Beispiel meine eigene Fantasie, was ist meine eigene Erkenntnis, was ist mein eigenes Denken, was sind meine eigenen Empfindungen, Emotionen, Affekte, Bedürfnisse und so weiter, und was findet im Gegenüber statt oder in der Außenwelt statt. Niederes Denken und primitive Affekte, also immer wieder sehr primitiv zu denken, sehr einfach zu denken, also in dem Sinne nicht des Simplen, diese Vereinfachung ist ja immer wieder interessant im Leben, aber eben doch ganz einfache Denkmuster zu haben und damit auch dann primitive Affekte zu haben. Wenig- oder einseitige Reflexionen, das Reflexionsvermögen ist immer wieder problematisch. Und für uns Menschen ist es wichtig, um Genugtuung und Zufriedenheit im Leben zu erfinden, dass wir immer wieder in uns sind und reflektieren. Immer wieder Neigung zu Reflexhandlungen, immer wieder reflexhaft reagieren, plötzlich einseitig reagieren, ohne nachgedacht zu haben, ohne beobachtet zu haben, ohne achtsam zu sein. Paranoide Tendenzen. Paranoide Tendenzen bedeutet immer wieder, einseitige Sicht und Denkweisen zu haben, einseitige Erklärungsmuster zu haben, oft in Bezug auf die eigene Person, also eine irrige, eine falsche Annahme und eine falsche Überzeugung und auf dem Höhepunkt dann möglicherweise sogar die Paranoia der Wahn, wo man absolut überzeugt davon ist und von diesen Überzeugungen dann nicht mehr wegzubringen ist. Permanente oder oft vorkommende Depressionen, Suchtcharaktere, und es ist auch ein nicht gelungenes Leben oder problematisches Leben, wenn man immer wieder Suchttendenzen hat und tatsächlich diese Sucht sehr stark ist. Wenig Freude, permanente Angst, oft gefangen in Obsessionen, also in Zwanghaftigkeiten, in Anankasmen, wie wir sagen, also meinetwegen jetzt eine anankastische Persönlichkeitsstörung, wo man immer wieder im Zwang drin ist, in der Einseitigkeit und davon geradezu besessen ist, sieht nur sich und immer wieder sich. Das heißt also, dieser Egozentrismus ist sehr stark, ohne, wie gesagt, dass er unbedingt bewusst werden muss. Er kann also wirklich abgespalten sein, aber es ist ein Mensch, der quasi immer wieder in sich selber gefangen ist. Einseitige Ideale. Oder sieht auf der anderen Seite nur andere oder anderes in Bezug auf sich. Andere wollen mir oft etwas Schlimmes tun. Oder ich bin vollkommen abhängig von der Außenwelt, weil sie muss mir gut gesonnen sein, sie kann mir schlecht gesonnen sein und all das. Das ist problematisch. Einseitige Affekte und Emotionen. Kein konstruktiver Abstand zu den Dingen in sich selbst auf der einen Seite, also in der eigenen Welt, in der Binnenwelt, als auch Abstand zur Welt, die er oder sie eben wahrnimmt. Und der konstruktive Abstand ist in unserem Leben immer wieder sehr wichtig, zu sagen, ich kann loslassen und ich gehe weg davon, beziehe das nicht immer. Ruhelosigkeit. Destruktion. Destruktion im Sinne einer Zerstörung. Destruktion im Sinne des Nichthaltbaren. Es geht ja wieder vorbei und es ist nicht für mich gedacht und es ist nicht schön, da zu sein. Also zerstöre ich es auch oder ich glaube, dass es andere Menschen zerstören oder sie zerstören es tatsächlich dann einfach. Einsamkeit und deren Verselbstständigung. Und natürlich letztendlich auch immer wieder das Credo Leben als Leid oder die Empfindung. Die tatsächliche Empfindung des Lebens ist nur leidvoll und auch ständig diese Gedanken, diese Ausdrücke, diese Auseinandersetzungen um die Leidhaftigkeit. Und das wären alles Attribute natürlich auch längst nicht vervollständigt, aber eben als Anstoß, sich darüber im Klaren zu werden, weil man vielleicht andere Menschen empfindet, weil man andere Menschen kennt, denen es so geht oder für die vieles hier zutrifft oder man selbst eben in einem problematischen Leben steckt. Das ist ganz schön, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führen kann. Was ist ein problematisches Leben? Das ist ein problematisches Leben. Das ist ein problematisches Leben. Ich bin ein Problematisch, Es ist ein Problematisches, AlleKN sevi